Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Tortolaner in Bedrängnis anzunehmen bei Chandris Mondfader in Nazmir, an dieser Position. Hier. Dies ist eine Kriegs-Kampagnen-Quest und gehört zum Erfolg gewüstet zum Krieg. Am Ende des Videos werde ich euch auf der linken Seite die Vor-Quest und auf der rechten Seite die Folge-Quest einblenden. Ich darf mich nun in dieses Gebiet begeben und dort Gefangene Tvolaner, Quatsch, Tortolaner befreien. Genau, schon gleich da. Hier ist auch schon einer. 1 von 6. Geht ziemlich flott, wenn keine Gegner da sind. So, nach Möglichkeit werde ich nicht kämpfen. Die Mobs gehören zu einer anderen Quest. So, schnell aus dem Weg gehen. Irgendwie lassen sich Kämpfe nicht vermeiden. Aha, befreien kann man ihn nicht, wenn man getroffen wird, unterbricht man. So, da habe ich jetzt auch schon 5 und ich habe noch einen ohne Mobs gesehen. Wie man sieht, ist der ausserhalb des Markierten Quest-Gebiets. Hofer zählt. Ja, sieht gut aus. Darf nun hier hinlaufen. So, hat ja alles gut geklappt. Ich glaube, dahin gibt es keinen direkten Pfad. Da muss ich durch die Wildnis laufen. Eher in die Richtung aber auch nicht wirklich. Dann hier entlang. Ich halte mich hier bei diesem Fluss oder was das auch ist und dann sollte ich sicher hinkommen. So schaut es gut aus. Da bin ich auch schon. Und hier darf man diesen gewetteten Tortolana anquatschen und die Sprechblase anklicken. Und nun darf man ihm ein bisschen zuhören bzw. lesen, wenn man mag. Ich halte mich. 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 Der Quatsch ist ziemlich lang. Gefällt mir gar nicht. So, grüft euch mit Chandwis Mondfeder bei Rotfelswacht. Ich bin ja bei Rotfelswacht, genau. Quatsch ist abzugeben bei Chandwis Mondfeder in Nazmir an dieser Position. Nun sollten noch die Links eingeblendet werden von ForQuest und ForgeQuest. Hoffe sehr, ich konnte euch helfen. Ciao! 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 Ciao!